Ruma Willis zeigt sich nach ihrer überraschenden Trennung von Derek Richard Thomas von ihrer sinnlichen Seite. Die 36-jährige Schauspielerin teilt auf Instagram erotische Nacktfotos aus einer Outdoor-Badewanne. Im August verriet Ruma in einer Fragerunde auf Instagram ihren Beziehungsstatus. Bei einer Instagram-Fragerunde erklärte sie, ich bin jetzt alleinerziehende Mutter und wir teilen uns das Sorgerecht. Nun präsentiert sie ihren Followern intime Aufnahmen mit viel nackter Haut. Trotz der kürzlichen Trennung strahlt Ruma Ruhe und Zufriedenheit aus. Zu den drei Bildern schreibt sie, ich möchte nie wieder drinnen baden. Die Fotos zeigen sie in einer riesigen Badewanne unter freiem Himmel. Mal liegt sie lässig im Wasser und blickt entspannt in den Himmel. Auf einem anderen Bild posiert sie selbstbewusst am Wannenrand. Sogar ein zartes Lächeln ist auf dem Gesicht der 36-Jährigen zu sehen. Ihr natürlicher Look lässt sie für ihre Follower besonders nahbar wirken. Die Reaktionen unter dem Post sind überwältigend positiv. Fans kommentieren mit Worten wie wunderschön und himmlisch. Andere schicken ihr bunte Herz-Emojis und schwärmen von ihrer natürlichen Schönheit. Unklar ist, wann genau Ruma und Derek ihre zweijährige Beziehung beendet haben. Erst im April 2023 begrüßten sie gemeinsam ihre Tochter Luetta. Trotz der Trennung denkt Ruma offenbar über weiteren Familienzuwachs nach. Laut dem Magazin OK plant sie insgesamt sechs oder sieben Kinder zu bekommen. Die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore wuchs selbst in einer Patchwork-Familie auf. Sie hat eine enge Beziehung zu ihren Schwestern Tallulah und Scout. Auch mit ihren Halbschwestern Mabel und Evelyn verbindet sie ein gutes Verhältnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017